Mein Zelt ist kaputt gegangen Hallo mein Freund Hallo Schaut euch das an Schaut euch den Fluss an Schaut euch den Fluss an Schaut euch den Fluss an Der Windbose Da geht sie weiter So wir haben uns jetzt getrennt weil es einfach viel viel schwieriger ist zusammen zu hitchhiken und deswegen versuchen wir es jetzt getrennt Musik 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 Heute war es schon etwas Musik Musik Ich habe sehr gut geschlafen Ich hatte sogar hier einige Hunde um mich um die mich bewacht haben Meine Unterkunft war heute Hier diese schönen grünen Wiese Ich habe mich ein bisschen versteckt damit Man muss ja mal ein bisschen aufpassen Sicherheit Raubung und so weiter und so fort Aber hier diese schöne Patagonien Schaut euch es an Mega mega schön mitten in Patagonien Und ich Und ich hier mit meinem Zelt Und es geht dann Hier in diese Richtung weiter Das ist die Route 40 Richtung Süden Und mal gucken wie weit wir heute kommen Und ob ich die Freunde wieder treffe Heute Eigentlich ist das Ziel heute dort uns zu treffen Das ist quasi der Grand Canyon von Südamerika Das ist so ein kleiner Grand Canyon Aber sehr sehr schön zum Klettern Und dort wo wir dann ein bisschen länger bleiben Und dort wird dann auch ein richtig geilen Clip Drehen Mit den Jungs Beim Klettern Und mal gucken vielleicht Kletter ich noch ein bisschen mehr Und Also Kommt mit mir mit Und schaut euch das an Nicht Haltet euch immer auf den Laufenden Wie es hier Mit mir weiter geht Aber es ist schon geil Es bockt sich richtig Musik Musik So leben zu können Das ist auch schon mal ein Traum, oder? Schaut euch das an Mitten in Patagonien Solche Berge im Hintergrund So Nach ungefähr einer Stunde geht es jetzt für mich weiter Joa Das ist die Straße Ich bin mitgenommen worden Nach circa 5 Minuten ungefähr 20 Minuten gewartet Jetzt geht es für mich weiter Hier Hier trampt einfach jeder Glaube ich so Also Ich zeige euch das jetzt gerade mal Da steht wieder einer Musik Musik Ja So sieht das aus Das ist einfach hier ganz schnell Dann geht das Auto rein Und dann geht es weiter Ich bin weiter gekommen und schaut euch das an wo ich bin Es ist so geil Wunderschöne Natur Wunderschöne Natur Einfach nur herrlich Wunderschöne Natur Einfach nur herrlich Musik Ich werde jetzt da hinten hinlaufen Weil diejenigen die hier hier rein fahren Die nehme ich nicht mit Nein Auch vielleicht dieser hier Nee Neh nehm ich mit Auch nicht Okay Aber die die hier rein fahren Nehme ich eh nicht mit Die von da hin kommen Und da weiter fahren Und da weiter fahren Die nehmen mich Avenger Ridge Und dann gibt es noch eine Straße Wo hier hoch kommt Das heißt Und hier vorne Hier vorne ist einmal eine Einbuchtung Wo man halten könnte Und hier vorne Ihr auch Very good Ja Genau Nehmt euch mit Nehmt ihr mich mit Nein, nein, nein Ja, ja Und wie ich diesen Tannenwaldgeruch liebe Und hier Und hier Und hier Und hier Das ist so Mega 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 Schön So Ich bin gerade hier weiter gekommen Mit dem netten Herren hier Er macht Holz Er hat seine Säge hinten drin Ich habe mein Backpack geschmissen Und ja Wir sind jetzt hier unterwegs Durch das schöne, schöne Patagonien Richtung Süden Und ja Es ist einfach wirklich lustig Immer wieder neue Leute zu kennen zu lernen Ja Ja Okay Muchas gracias Muchas gracias Und er sagte mir Ja Ich fahre aber nicht so weit Und äh Es lohnt sich eigentlich gar nicht Und so Und ich sagte Egal Ein bisschen weiter Ist schon okay Und wo bin ich jetzt Schaut euchs an Ich habe wieder ein anderes Bild Kann die Natur genießen Bis der nächste mich mitnimmt Ist auch nicht schön Oh Ein bisschen weiter Das sind glaube ich drei, vier Kilometer gewesen Aber War ja cool Der hat mir erzählt Er macht seit 30 Jahren Holz Und hat damals irgendwie in Kolumbien gearbeitet Und Das ist für Kanada Und jetzt macht das hier Und so Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020